Ja, wollen wir jetzt nur reingehen in die Stadt oder nicht? Nee. Wir müssen eh dort unten lang irgendwie. Also ich würde auch sagen, ich würde sagen, wir nehmen hier ein paar Häuser mit an der Seite und gehen hinten wieder hoch. Okay. Weil wir müssen halt ein bisschen, ja. Oh, hier lauf ich langsam runter. Waffe in die Hand, alles deckt main. Waffe nehm ich ausgangern. So, da habe ich B-Pod ausfahren, weil nur wenn das ausfahren ist, dann ist es. Dann ist es. Ich gucke jetzt rechts ab, ich gucke rechts, ich gucke zur rechten Seite bitte, einer mal die Augen. Wie du auch. Da ist die Scheune, da gehe ich gerade hin. Okay, dann gehen wir da alle hin. Oder ihr geht da kurz hin, ich warte hier kurz. Man hat von hier oben einen richtig guten Blick eigentlich auf die Stadt. Ja, dann pass mal auf. Ja, nur ich habe eigentlich das kleinste Visier von uns, na, ist egal. Also, ich kann auch hoch, wenn du willst. Du bist du? Also, ich bin jetzt bei der Scheune, bei dem Tor. Tor geht nicht auf. Suche mal einen Eingang. Berggegen, komm mal ein bisschen gucken hier. So ist, da ist ein Tor offen. Ist alles leer bei mir, ich komme zurück. Geht mal die Häuser weiter, die nächsten Häuser links, ne? Ich weiß nicht, ach da, da ist denn das. Erik ist vor dir. Der Erik ist vor mir. Jetzt sind das gelb-grünereien. Okay. Heißt, ob keiner wohnt, dann Zombie gehören. Ich auch, aber es war ein Hase bestimmt. Glaube ich auch. Ich habe auch was gehört, aber ich glaube auch, dass es ein Hase war. Gehen wir in das Haus? Ich bin auf der anderen Seite. Ragnet. Tür ist offen vom Haus? Ja, Tür. Soll ich rein? Ich bin schon dran. Ich auch. Okay, ich sehe dich. Das nächste schaue ich mir nur an und dann war es das. Ihr könnt bis zu dem kleinen rot-grünen Haus vorgehen. Das Haus hier ist auch offen, das grüne, wo ich gerade drin bin. Es soll alles leer zu sein. Ich gehe zu dem rot-grünen nochmal rein. Genau, und dann geht die andere Seite den Berg hoch und ich laufe erst rüber, wenn ihr guckt. Ne, hochlaufen, andere Seite hoch. Ja, ich laufe die andere Seite zurück, habe ich doch gesagt. Na ja, geht auf der anderen Seite hoch. Und hier liegt auch überhaupt gar nichts. Deck einfach hinter dir ab, also jetzt rechts, David. Weil ich gucke links alles in die Stadt. Ich gucke in die andere Richtung? Ja. Wir müssen aber nachher anders lang laufen, ne? Wie anders? Ne, nach links rum, um Berg. Kommt fast nicht hoch hier. Sehr höchstens steil. Oh, hier ist kein Spieler. Also ich sehe nichts. Kann natürlich immer sein, dass irgendeiner sportet. Ehrlich, wo bist du? Immer noch in dem rot-grün. Ja, wie ist von dir? Gehe ich den Berg hoch. Ach, du gehst den Berg hoch? Ja, vor dir ist er. Oh Gott, jetzt habe ich die Waffe genommen. Ich renne jetzt auch runter. Passt ein bisschen auf jetzt Richtung Stadt. Ja, warte, wo mich hier in den Baum irgendwo hinstellen und warte. Richtung Stadt gucken. Okay, ich bin hier am Start. Also ich gucke auf die Stadt jetzt. Komplett. Leg mich hin. So, ich gucke auf die ganze Stadt im Blick. Ach, das kommt es da. Oh, der schleicht der hier hoch. Ja, sag mal. Hier ist aber nichts los. Sag mal, was war das? Tewa Player, ne? Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 19, 20, 19, 20. 21, wenn wir uns abziehen. Wenn wir uns abziehen. 21. Naja, das geht doch. Seid ihr alle hier? Wo ist David? Ich lieg hier im Boot. Ja, da stimmt, ja. Wir haben alle keinen Server delay. Dann haben sie das, dann haben sie es gefixed. Ne, der andere hat einen Server delay, der eine Zahl von 13 gehabt hat. Ja, aber nicht wie von letztens, von 10.000. Das ist wohl richtig. Hat sich, haben sie heute Stats verbessert? Eats per second? Ähm... Sondern hier steht ja nur 30 da, weil ich das so kann. Achso. Ich weiß nicht, ob es höher ist. Aber ich bin die ganze Zeit bei 30 frames. Das scheint... Das scheint gefühlt ein bisschen besser zu laufen. Ich könnte die Grafik wahrscheinlich etwas hochstellen. Irgendwas anstellen vielleicht. Sag mal, Zombies haben sie nicht eingefügt. Nur hat nur stärker gemacht, oder? Die Armee Zombies. Ja. Ja, doch. Ins Weltall haben sie wohl Zombies hinzugefügt. Da waren wir. Ja, da gab es die Spawnpunkte noch nicht, glaube ich. Und die haben auch noch Loot jetzt in Polizeistationen und in medizinischen Dingern. Das wird jetzt Loot spawnen. Das war wir auch vorher nicht. Keine Ahnung. Sollen wir mal ganz nach oben gehen? Ja, ich probier's ja schon so ein bisschen, ja. Ja. Irgendein Handy habe ich gerade gehört. Wer hat Hotline? Keiner. Na jo. Na jo. Na dann. Boah, ist der Wald total offen, ne? Hm. Oh, jetzt rennt meiner, meiner rennt jetzt ein bisschen hoch. Das ist gut. Ja, meiner rennt auch. Wo seid ihr? Hinter mir so, oder? Ja, hinter dir. Steig hinter dir. Seid ihr überholt? Das ist weg, halt. Schnell, halt. Ne, weiter geht's nicht. Loot von oben, so auf den Kamm hier hoch. Bisschen elektro ist noch ein ganz schönes Stück. Das glaube ich nett. Doch, doch. Ich will da ja eigentlich gar nicht hin. Ich würde jetzt gerne eher so Militärbasen abgrasen. Ach, das wird doch langweilig. Guck mal noch. Ist doch bei Elektro auch. Ja, bei Canna auch. Noch eine M4, noch eine Trinkflasche, noch ein wenig Zubehör, ein wenig Munition. Und dann verrecken. Ne, und dann brauchen wir noch einfach Macheten. Oh, wir sind da der Berg ja zu Ende. Ach, Mann. Ja, aber ich muss jetzt, müssen wir, ich will ja mal zu dem Damm laufen. Ja. Was? Ja, ja. Da würde mich mal interessieren, wie der aussieht. Ich glaube, so ist doch schon elektro, oder? Das sind schon die ersten... Ich glaube, so auch, dass die schon elektro ist. Ne, ja, jetzt hier so schräg, wenn du jetzt hier den... Wo seid ihr? ...die Lichtung runter schaust, glaube ich, sieht man schon ein bisschen was. Bei der Lichtung finden wir. Ach, ihr seid schon unten. Rechts, rechts, rechts von dir, ne? Siehst du uns? Rechte Seite. Ach, top. Nicht einfach wieder irgendwo langlaufen. Na, wenn ihr auf einmal weg seid. Ich laufe hier ganz langsam mit Waffe rum. Hinter uns ist auch keine Gruppe mit zehn Mann, ne? Ja, genau. Alle mit einer Axt. Das wär's. Ich glaube, die wird man gerade noch schaffen. Ich bin übernicht von einem Spieler. Ich habe einen Bericht von einem Spieler gelesen. Er hat mit einem sich unterhalten und ist dann mit ihm rumgelaufen und hat dann gedacht, hm, der hat so gute Ausrüstung, den könnte ich jetzt umpumpen. Hat er ihn doch nicht gemacht. Und dann hat der Spieler aus der Seen einen erschossen und hat sich voll die Gedanken gemacht und hat immer geschrieben, so, es tut mir voll leid, dass ich ihn erschossen habe. Und als er nicht aufpasst, hat der andere ihm doch eins über den Kopf gekaut und hat alles von ihm geklaut. Wisst ihr, wo wir gerade sind? Nein. Im Wald, ne? Ja. Ja, pass mal auf. Gerade war die Lichtung, aber... Jetzt wird die Lichtung. Jetzt müsste dann gleich dieser Damm eigentlich kommen. Ja, aber noch viel weiter, weil ich glaube, die Lichtung, das war das neben dem Hochstand. Ne, so weit darf das nicht mehr sein. Die nächste Lichtung, das nächste Teil. Ach, Torte, ja, stimmt. Boah, der David rentt übelst. Ist irgendeine kleine Hütte. Ah, ne, das ist bloß so ein Futtergrippe. Hier habe ich meine Waffe weg, deswegen renne ich wie ein Irrer. Jetzt wird meins, mein Hütter redet wieder dunkelgrün. Ja, meins ist schon weg. Meins ist auch ja dunkelgrün. Meins ist schon weg. Hast du gerade in-game-voice gemacht? Ja, ich habe auch sehr falsche Taste. Okay. Solange jederzeit ist mir das egal. Lass mal erschrecken, weißt du? Naja. Ah, jetzt wird wieder weniger Bäume hier. Wir müssen doch mal etwas sehen, eigentlich, eine Lichtung oder so. Ja, bin ja schon fast oben. Also da wird der erste, der abgeschossen wird. Lichtung mit, äh, mit, hier ist eine Lichtung mit einer Straße. Und fünf Stilern. Das wird diese, das müsste die erste Straße sein. Tollby-Dump, für ein Tollby-Dump sein. Oder steht immer neben mir. Boah. Ach, das ist das Falsche. Ich bin mal ein Leuchtturm da drüben. Ach, du läufst da unten, also läufst du da unten. Wer? Woll dir mal eine Mütze, ich mach mir doch verrückt, dass du keine Mütze auf hast. Ja. Das ist jetzt der er... Ja, wir müssen die Straße überqueren halt, ne? Hier rechts so durch und dann geradezu müsste jetzt der Damm sein. Wir müssen nur in der Straße langlaufen. Dann kommen wir auch zum Damm. Nein, das ist die erste Straße. Ach, das ist die erste Straße. Sind das dort, was sind dort am Rang? Sind das Mülltonnen oder was? Nee, sind so... Steine, so wie... Steine oder so was. Ja, Begrenzungssteine. Ja, damit du mit dem Auto hier nicht runterfällst. Ja. Ich sehe schon wieder, komm, dass hier irgendwann mal wieder ein Spieler einfach einen Weg lang rennt. Ach, komm, verpiss, geh mal lieber weg hier von der Scheiße. Wo ist die komische Burg, oder was das war? Wo ist denn die? Sind wir da schon vorbei? Ja, die war noch viel weiter im Zentrum von der Karte. Wo ist man mal schon wieder? Ja, rechts von dir. So weit, so weit gesehen habe. Ich laufe jetzt linker... Richtung Wasser laufe ich jetzt, neben euch. Die Richtung Wasser neben uns. Na, links von dir, wenn du jetzt immer noch weiterläufst. Ah, da unten... Seht ihr schon den Damm? Ich sehe noch gar nichts. Ich sehe aber auch die nächste Straße nicht. Nee, du gehst jetzt über das Grund, das wäre... Da ist die Straße, das ist die Straße. Da hinten, in den Bäumen. Vielleicht gibt's bei dem Damm ja was. Ja. Gut, die Straße unten. Wasser. Massig Wasser gibt's an dem Damm. Hier ist der Damm. Nee, das... Oh, oh, oh. Ja, da laufe ich aber... Wartet mal nicht so schnell. Ich will ja nach rechts. Ich will ja auf den Kopf. Hier unten ist ja nur... Rechts müssen doch Gebäude sein. Auf der rechten Seite weiter. Wir laufen erst mal genau über den Damm. Mal abgeschossen werden. Und dann machen wir... Wo war Hände heben? F2, F3? F2. Zwei laufen mit Händen hin, dann kommt vor. Dort ist ein Gebäude hier auf der anderen Seite, ne? Ich meine aber rechte Seite. Da ist... Hier auf der linken ist ein Gebäude. Rechts ist auch ein Haus. Dort ist auch ein Haus, ja. Zwei laufen vor, mit erhobenen Händen. Und einer mit der Waffe hinterher. Komm, wir schwimmen hin. Nee, in den Dümpel geh ich nicht an. Nee. Bei der Erde könnt ihr aber Schlucke trinken. Warum? Weil du ja nicht mehr... Weil du ja... Dehydrated bist. Den musst du doch noch längstens. Gibt gar nichts grad. Lauf dir jetzt echt zu dem Haus? Ich bin hart im Nehmen. Ey, müsst ihr was sagen? Ich bin super, man. Ich bin vorne an dem Damm. Ach so? Ich wollte eigentlich auch zum Damm. Ich bin schon im Haus. Ich komm. Du bist zu. Sehr gut. Ne Mütze. Ja, ich suche ja grad schon. Ich fahrt ja an der Bushallstelle auf euch. Wenn ihr eine Mütze findet, bringe ich sie denn mit. Oh, der Hinteringang ist offen. Das ist aber komisch. Das waren die Zombies. Also hier ist keine Mütze. Es tut mir leid. Aber jetzt wieder runter. Ist das ja ein Brunnen? Ne. Ne, ist kein Brunnen. Ne, ne, Wasser gibt es ja. Ein Zurbunnen. Ah. Dann lasst uns trotzdem, dann lasst uns hier rüberlaufen. Wo ist denn der Manuel? Hier hoch, Kleiner. Ja genau, gleich rechts hoch, ja. Wo ist der Manuel? Er kommt grad. Ah, da ist er. Jetzt sind wir ja auf der linken Seite von dem Damm. Und dann können wir gleich jetzt hier in den Wald und den dann gerade runter zum Strand. Und dann sehen wir nämlich Elektro. Oder Elektro sieht uns. Da müssen wir aufpassen, da sind wir vielleicht oben diesen Alper schon noch in der Erde. Wir bräuchten halt noch wesentlich mehr Munition, glaube ich. Belasten noch in den Schuss? Ich weiß nicht, ich müsste in meine Kiste mal wieder reinschauen. Man kann leider nicht so... Ne, komm. Mach ich dann, wenn wir was brauchen. Ich hab jetzt ja so, hab ich locker noch ein... Äh, 90 Schuss oder was? Ne, 60, 120 Schuss hab ich jetzt grad drüber. Na gut, das reicht. Ich brauch noch ein paar 60er Magazine. Ah ja, ich hab auch noch genug Schuss. Wieso, du hast doch ein 60er Magazin, oder? Ich hab ein 40er, ein 60er und ein 20er. Ein 61er reicht doch zum Stacken. Hm, ne, eigentlich ist es besser ein 40er zu haben, weil du kannst 40 Schuss machen, ohne nachzuladen. Und beim 60er musst du nach 30er nachladen. Eigentlich sind 40er besser. Ja, dann brauchst du ja noch Tesa, dann kannst du zwei 40er zusammenbinden. Wenn's gehen würde. Geht's noch nicht? Nein. Und dann baller ich mir nämlich 540er zusammen. Genau. Dann treff ich zwar nicht mehr, weil die Waffe zu schwer ist. Aber ich hab ein schweres MG. Hier müsste jetzt auf der rechten Seite oder vor uns irgendwo gleich der Hochstand kommen. Die haben's dir echt angetan, die Hochstände, oder? Ich hab noch nie was gefunden. Ne, das wäre halt nur wegen Orientierung halt. Ja, ich, ja, ich könnte mal auf den Kompass schauen, dann kann ich dir sagen, welche Richtung wir laufen. Richtung Wasser, oder? Hier geht's jetzt schon wieder runter, ne? Ich guck mal, warte mal. So schräg. Wir laufen, wir laufen nach Süden, leicht, leichter Schlagwesten. Ja, passt ja. Da vorne wird der Wald dunkel, ne? Ja, dunkel auf jeden Fall. Oder dichter. Ich versteh's mit der Straße irgendwie nicht. Nach der Karte darf die Straße da gar nicht sein. Die Hunde da ist, ne? Links. Ja. Ja, das wundert mich ja auch nämlich. Weil wir ja eigentlich, wenn ich Richtung Süden laufe, müsste neben mir sein. Wir laufen nur noch ein Stück hier hoch. Süden, leicht Westen. Wir sind ja genau auf dem Kamm oben, noch ein kleines Stück hoch. Immer genau auf dem Kamm. Ne, wir laufen wahrscheinlich echt grad zu diesem komischen, äh, Hochstand, wo du gesagt hast. Ja, der, aber den, ich glaub, wir sind schon längst vorbei. Ne. Ich glaub schon. Wir sind schon viel zu weit im, äh, im Westen. Ich glaub, ich nicht, weil wir sehr stark nach Süden laufen, ehrlich gesagt. Ehrlich jetzt? Hm, wir laufen sehr stark nach Süden. Das ist ein kleiner Hauch Westen, aber eigentlich eher nach Süden. Links seh' ich grad Wasser. Dann müsste rechts der Hochstand sein. Genau. Diese Stromleitung. Ja, die seh' ich auch. Ey, man hat hier so gut viel keine Orientierung in so'n Wald, ey. Wo seid ihr? Ja, stopp. Du warst voll... Lauf mal grad aus und dann bist du mal nach links, weil du warst grad rechts von uns. Ja, ich seh' dich. Jetzt hör' nach rechts. Ganz einfach nach rechts abbiegen. Nach links, nach links. Nach links haben wir gesagt. Nach rechts. Ja. Für mich rechts, für ihn links. So, jetzt siehst du uns eigentlich wieder. Ach Gott. Ja, ich hab' mich verlaufen. Ne, wir laufen da lang. Schau' mal, hier vorne ist diese... Guck mal nochmal Kompass. Sag' man jetzt Süden an. Komplett Süden. Nur Süden. Weil da muss es ja jetzt noch Elektro gehen. Ja, genau da, wo ich hinschaue. Ist Süden. Ehrlich jetzt? Ja. Richtig Süden-Süden. Ja, das ist fach Süden hier. Süden-Süden-Süden. Dann bleiben wir jetzt hier links, aber... Bleib' ich hier oben auf der Spitze, lauf' ich jetzt hier links lang. Ne, jetzt auf der Spitze. Ne, wir laufen gerade rüber. Wieso? Rüber. Gerade durch den dichten Wald, dann hast' kein Stress. Ja, aber dann müssen wir nachher wieder hochlaufen. Ich will ja nicht... Ja, an die Spitze dort oben. Guck' ich auch mal. Hier links so ein bisschen halten, bitte. Links auch. Ah, da seid ihr. Einfach nur vor Angst. Ja. Weil wenn ihr sagt, die Snipern... Snipern die nicht von unten. Ach ne, ich dachte... Ne, ne, nichts nicht. Macht keine schnellen Bewegungen, ne? Drück' ich ab. Drück' ich ab. So eine Blende, ich seh' nicht. Ich seh' auch nichts. Auf der rechten Seite ist ein Tal. Ey, ich weiß nicht, wo wir gerade sind, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Nachdem ich ja gerade Arma dreif... Dort hinten ist Elektro. Nachdem ich ja gerade Arma dreif... Ach, das ist das, was wir im Video gesehen haben, oder? Ja. Wo der Sniper auf der anderen Seite lag und rüber geschossen hat? Stopp, 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 links ist auch schon Elektro. Hier links. Und da geht's los. Hä, wo sind wir? Aber ich will wissen, wo wir sind. Links ist eine Straße von uns. Der sehe ich die Straße. Ja, wir sind Top 3. In Top 3 müssen wir sein. Ey, wir sind doch nicht wieder aus dem Wald rausgelaufen. Ey, wir sind... Wir sind über... Wir sind über... Wir sind über den Damm. Links rüber. Und dann runter. Wir können nicht in Dobri sein. So, nee, stimmt. Jetzt sind wir links über Power Plant, ne? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber wir haben den Wald ja nicht verlassen. Ja, wir sind links über Power Plant. Ich seh' den Hochstand. Toll. Ja, wir sind da wieder geil. Seht ihr den auch? Ah, ich seh' ihn auch, ja. Da hinten auf dem Berg. Ja. Welcher ist das? Ist das der... Ja, direkt links neben Power Plant? Wahrscheinlich. Nee, das wird ja sein, der über Power Plant. Nee, nee, das ist der links neben Power Plant. Echt? Weil Elektro ist viel... Tatsache, dann sind wir die... Sind ziemlich weit unten. Schau. Das kann sein, ja. Und du willst jetzt da wahrscheinlich rein, wie ich dich kenne. Wir wollen ja erstmal gucken. Wo seid ihr? Ich seh' euch gar nicht mehr. So, hinter dir. Ich brauch' ne Mütze. Ja, ich weiß. Du kennst deine Streetings? Hätt' ich meinen Scheiß... Hätt' ich meinen Scheiß-Pett weggeworfen, hättest du jetzt eine Mütze. Nee, die ist mir zu hell dann. Ach, die war grün. Dunkel. Ich geh' weiter vor, ne? Nur so zu irgendwo. Ey, das ist genau der Punkt, wo die Leute immer... Die Leute wächsen halt dann. Mit dieser komischen Fabrik auf der linken Seite. Wir sind jetzt in die Stadt rein, jetzt direkt rein, oder? Na, wenn wir wirklich da sind, wo Powerplant ist, dann ist die Stadt ja weiter links. Da sind zweimal... Da, wo ich jetzt hinguck' da hinten, da muss irgendwo zweimal Wasser sein. Nen Supermarkt und alles. Da ist die Hauptstadt, da vorne. Also das Zentrum der Stadt. Geradezu. Und auf der rechten Seite geht Elektro zwar weiter. Aber da kommt nachher nur der Hafen. Wir gehen jetzt so rechts durch den Wald, oder? Wo die Bäume sind, oder nicht? Wir sollten uns ein bisschen weiter aufteilen, dass wir nicht zu dicht zusammenstehen. Immer so 30 Meter zwischen uns, oder so. Und der letzte sollte auch ein bisschen hinten aufpassen.